Musik Skifahren, wann und wo man möchte. Das ist die Idee von Jens Reindl, ehemaliger Leistungssportler und begeisterter Snowboarder. Er hat mit seinem Unternehmen Mr. Snow eine textile Läupe entwickelt, die ohne Bewässerung, Silikon oder teure Zusatzstoffe auskommt und überall auf der Welt eingesetzt werden kann. Zehn Jahre tüftelte er in seiner Technologie, bis er zufrieden war und nun noch die höchste Disziplin, das Skilanglaufen, beherrschte. Skilanglaufen hat neben dem Alpin eine ganz besondere Herausforderung, nämlich dass man gleitet nach vorn, aber bremst nach hinten. Der Abdruck muss also nach hinten gewährleistet sein, während man es nach vorn hin laufen lässt. Und das haben wir mit der Läupe und unserem Material, was darin integriert ist, gut gelöst. Die Läupe funktioniert als Modullösung. Ein Modul ist zwei Meter lang und kann beliebig erweitert werden, egal auf welchem Untergrund. Sogar um Kurven bergauf und bergab funktioniert sie. Wir testen und entwickeln auch mit nachwachsenden Rohstoffen, dass wir natürlich noch mehr und mehr ökologisch werden. Momentan sind alle Materialien recycelbar, aber wenn wir nachwachsende Rohstoffe schon in der Herstellung verwenden können, wäre das natürlich noch ein großer Fortschritt.